Jetzt rechts abbiegen. Bitte in 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Bitte in 200 Metern links abbiegen. Hey, was soll das denn? Was ist das? Jetzt links abbiegen. Bitte in 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Bitte in 140 Metern links abbiegen. Bitte in 180 Metern rechts fahren. Bitte in 180 Metern rechts fahren. Jetzt rechts fahren. Bitte in 400 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Und hier ist mein Lieblingskripp. Ich liebe es. 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 Bitte in 200 Metern halb links abbiegen, dann links abbiegen. Bitte in 600 Metern halb links abbiegen.